Mehr Käufer erreichen, das wollen wir als Händler natürlich alle und dazu stellen uns die Marktplätze verschiedene Marketing-Tools zur Verfügung, die wir nutzen können, um hier effektiv mehr Umsätze und mehr Käufer zu erreichen. So, heute geht es um Anzeigen erweitert. Ich habe im letzten Video bereits Anzeigen Standard besprochen. Dazu findet ihr ein Video hier oben in der Infobeschreibung oder unten in der Videobeschreibung und könnt natürlich alle Informationen nachlesen, die ich euch hier zur Verfügung stelle. Im letzten Video bei Anzeigen Standard haben wir ja gemeinsam eine Anzeige geschaltet. Da habe ich euch versprochen, dass ich euch die Auswertung zeige, was das Ganze gebracht hat oder auch nicht, welchen Umsatz wir erwirtschaftet haben, wie viel mehr Verkäufe wir generiert haben durch die Schaltung der Anzeige. Das seht ihr mitten in dem Video. Das werde ich euch einblenden. Verpasst das gerne nicht. Heute geht es um Anzeigen erweitert. Wir schauen uns an, was genau ist das? Wie können wir damit noch weitere Umsätze erhöhen? Passt das überhaupt zu uns oder nicht? Das besprechen wir alles in diesem Video. Falls dich mehr solcher Themen interessieren, wie das Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und Ebay, aber auch alles rund um E-Commerce, dann abonnier gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so verpasst du kein weiteres Video mehr. Wir werden uns auch alle anderen Marketing-Tools anschauen, das in den Folge-Videos. Heute geht es wie gesagt um Anzeigen erweitert. Was ist Anzeigen erweitert überhaupt? Das ist ein Kosten-Pro-Klick-Modell. Im Grunde genommen entstehen euch Kosten, wenn ein Kunde auf dieses Angebot klickt. Ihr könnt natürlich diese Kosten bestimmen. Ihr könnt ein Budget festlegen, ein Tagesbudget und auch natürlich die Kosten pro gesetzten Klick. Umso höher diese sind, umso mehr Wahrscheinlichkeit habt ihr natürlich besser positioniert zu werden und effektiv auch mehr zu verkaufen. Gucken wir uns die effektiven Vorteile oder die wichtigsten Vorteile mal an. Wir haben hier überzeugende Ergebnisse, die uns Ebay hier verspricht, bis zu im Durchschnitt 50% höhere Umsätze, wie das Ebay hier sagt. Wir haben die volle Kostenkontrolle. Wie schon gesagt, ihr könnt Budgets festlegen, Tagesbudget und auch die Kosten, die per Klick generiert werden. Und ihr habt umfassende Berichte, die erzeugt werden, um anhand der Berichte dann auszuwerten, wo kann ich an welchen Stellschrauben was verstellen, um hier effektiv das Ganze noch produktiver und effizienter diese Kampagne durchzuführen. Wie funktioniert das Ganze? Wir werden das gleich Schritt für Schritt im Verkäufer Cockpit Pro uns anschauen und auch eine Anzeigen erweitert Kampagne erstellen. So, des Weiteren haben wir hier Tipps, die uns Ebay gibt. Wir haben hier mehr Keywords, mehr Reichweite. Das bedeutet, Keywords werden hier angewandt, 10 bis 15 Keywords pro Angebot werden festgelegt. Das Ganze passiert automatisch von Ebay, die diese Keywords anpassen und speziell über systematische Algorithmen abläuft und dann eure Anzeige dementsprechend gut positioniert wird. Wir haben die Laufzeit der Kampagne, die wir selber festlegen können. Wir können das Ganze hier auf dauerhaft setzen, wie uns das Ebay empfiehlt, um hier effektiv mehr zu erzielen. Anzeigen erweitert bietet sich insbesondere für Artikel mit hohem Warenbestand an, diese zu bewerben, um hier effektiv mehr zu verkaufen. Wir haben empfohlene Angebote und Keywords, die wir angewendet bekommen durch manuelle erweiterte Kampagnen, die wir erstellen können. Wir haben Kampagnen, Berichte, die wir auswerten und Angebote nach Unterkategorien sortieren. Also wir können das Ganze auch spezifisch machen. Performance-Berichte, hier haben wir nochmal die Überblicke, welche Berichte wir uns alles anschauen können und diese auszuwerten. Lass uns einfach mal durchchecken und gucken, wie wir das Ganze hier starten. Wie kommt ihr dazu? Ich bin hier schon auf der Marketing-Kampagnen-Seite, wo wir die ganzen Kampagnen schalten können. Ihr könnt hier über Marketing und zwar dann Advertising-Cockpit draufgehen, wo ich mich hier schon befinde. Und hier habt ihr dann die Möglichkeit, eine neue Kampagne zu erstellen, was wir auch gleich machen. Ich möchte euch nur kurz nochmal die Zusammenfassung zeigen der Kampagnen, die ich bereits geschaltet habe. Und ihr seht es hier, es sind hier in den letzten 31 Tagen, was immer angezeigt wird. Ihr könnt das natürlich alles verstellen hier. So und wie versprochen, zeige ich euch natürlich hier das Testprodukt an, was ich hier geschaltet habe. Und zwar in Anzeigen-Standard. Beachtet Standard, nicht erweitert. Und hier haben wir ein Angebot ausgewählt. Das Ganze haben wir dynamisch gemacht. Wir haben einen Anzeigentarif von 15% festgelegt, was nicht wenig ist tatsächlich. Und es ist immer noch aktiv. Das Ganze ist wie gesagt drei Wochen schon online. Und wir haben hier verschiedene Prozente, die ich euch eben kurz aufklären möchte. Also wir haben hier einen Anzeigentarif, empfohlene Anzeigentarif für heute über 19%, also knapp 20%. Wir haben aber nur den Anzeigentarif für 15 festgelegt, nicht mehr. Wir haben Impressionen von über 12.000 Impressionen und Klicks haben wir jetzt gehabt, 16 Stück. 16 Stück bedeutet, die Anzeigen wurden festgelegt oder angezeigt als Impressionen den Kunden. Und wir haben 0,13% Käufer durch diese Anzeigen bewegt, auf unser Produkt zu klicken. Conversion-Rate sieht aber etwas besser aus. Wir haben 12,5% Conversion-Rate. Und was ich nicht schlecht finde, natürlich ist die über Anzeigen gelaufen. Dazu haben wir dann 15% zusätzlich an Ebay abgedrückt. Und ja, im Grunde genommen Anzeigentarif von 3,17 Euro haben wir jetzt gehabt. Anzeige Gebühren, Entschuldigung. Verkaufte Stückzahl haben wir 2 gehabt, also 2 Produkte haben wir so über Anzeigen verkaufen können. Finde ich nicht schlecht. Also dieses Produkt hat sich bei mir in letzter Zeit sehr wenig verkauft. Jetzt mit dieser Marketingkampagne haben wir hier 2 Verkäufe generieren können. Es ist wie gesagt ein Produkt, was jetzt nicht unbedingt in die Saison passt, aber ein gängiges Produkt aus der Kategorie Schreibwaren. Dementsprechend eigentlich ist das nicht schlecht. Natürlich hätte hier mehr passieren können. Vielleicht muss man den Anzeigetarif etwas höher schrauben, aber dann muss man überlegen, lohnt sich das noch oder wird man hier dann schon im Minus wirtschaften. Das müsst ihr natürlich für euch entscheiden. Und in den letzten 31 Tagen, ich mache mal auf 14 Tage, in den letzten 14 Tagen, was wir hier mehr bekommen haben. Und das letzte Video, seitdem ich Anzeigen geschaltet habe, ist jetzt 3 Wochen her, wobei ich schon vorher Anzeigen drin hatte. Haben wir natürlich auch hier wieder höhere Umsätze und höhere effektive Prozente erlangen können. Wie ihr seht, hier Impressionen sind gestiegen, wir haben Klicks sind gestiegen, Verkäufe sind gestiegen und Umsatz dementsprechend natürlich. Aber auch die Anzeigegebühren sind gestiegen und diese Roads, Rentabilität der Anzeigenkosten ist leider gesunken. Ihr seht es hier nicht, aber hier blende ich euch das mal ein. Habt ihr hier einen Überblick darüber, wie das aussieht. Ist natürlich nicht so schön, wenn es rot hier ist, 3,15 Punkte ist es runtergegangen. Nicht so schön. Es muss alles im besten Falle grün sein. Wir haben natürlich gerade voll das Weihnachtsgeschäft. Wir hatten jetzt Black Friday hinter uns und dementsprechend haben wir hier einiges mehr an Kosten, aber auch einiges mehr an Umsätze, was ja nicht schlecht ist. Also ich blende euch nochmal die 31er Auswertung ein, also für die letzten 31 Tage. Und das vergleichen wir mal mit den letzten 31 Tagen, die ich euch hier einblende. Da seht ihr es, es hat sich einiges getan. Natürlich durch die Anzeigen, aber auch natürlich auf das Weihnachtsgeschäft bedingt ist das Ganze hier besser geworden. Wir werden das Ganze auch mal auswerten, mal in der Nebensaison, wo mal nicht so viel los ist, um uns das Ganze anzuzeigen und auszuwerten, ob es sich denn überhaupt lohnt. So, was haben wir weiter? Ich habe hier gesehen, Anzeigen erweitert, 50% Rabatt bis maximal 100 Euro exklusive der Mehrwertsteuer. Das könnt ihr natürlich nutzen. Ihr könnt das Ganze hier aktivieren. Wenn ich auf Aktivieren drücke, dann kommt ihr hier auf die weitere Seite, wo ihr dann Bedingungen angezeigt bekommt, die ihr selbstverständlich hier nochmal euch durchlesen müsst, bevor ihr das Ganze macht. Es ist halt nicht für jeden geeignet. Das Ganze ist auch nur bis zum 31. Dezember dieses Jahres möglich, 23. Deshalb, falls du das Video später siehst, solltest du das hier nicht mehr angezeigt bekommen. Und ich akzeptiere es, aktiviere diese Preisaktion und dementsprechend haben wir hier einen Preisvorteil, den uns eBay hier gewährt. So, wenn wir dann die Preisaktion aktivieren, gelangen wir direkt hier auf die Anzeigenkampagne-Seite, wo wir diese erstellen können. Hier ist unter anderem Anzeigen erweitert, aber auch Anzeigenstandard, was ich euch gezeigt habe. Wenn ihr das nicht darüber macht, dann könnt ihr hier oben einfach auf Neue Kampagne erstellen und dann gelangt ihr natürlich auch hier auf diese Seite. So, und hier Anzeigen erweitert, wird hier direkt mit Mehrumsatz beziffert. Das bedeutet, das soll noch besser sein. Anzeigenstandard ist natürlich prozentual, wie ich euch schon gezeigt habe. Falls nicht, schaut es euch gerne an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und hier spielt natürlich der Prozentsatz vom Umsatz eine Rolle, wie viel ihr bereit seid abzugeben. Aber hier entstehen nicht Kosten, wenn ihr die Anzeige drin habt. Kosten entstehen hier bei Anzeigen erweitert, denn hier ist schon bei einem Klick entstehen Kosten, die ihr natürlich selbst festlegen könnt. Ich drücke mal hier auf Smart. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, das Ganze manuell einzustellen. Heute gucken wir uns das Smart mal an. Und ja, dann legt ihr das Ganze hier fest. Hier übernimmt das Ganze eBay hier ihre smarte, erweiterte Kampagne. Wird im Laufe der Zeit automatisch aktualisiert, um ihre Kampagnen-Einstellungen zu optimieren. Sie wählen die Angebote aus, die sie bewerben möchten. Und eBay kümmert sich für sie um das Bieten und Targeting. So, ich nenne das Ganze mal auch Anzeigen erweitert. Und lege jetzt ab dem 26.11., wann ich das Video mache, das Startdatum fest. Das Enddatum machen wir mal auf Dauerhaft. Wobei ich gerne das, ja, mit der Preisaktion in Verbindung stelle bis zum 31. Das können wir ja auch frühzeitig einfach beenden. Ich würde euch auch dauerhaft das einstellen lassen und dann irgendwann einfach beenden. So, als nächstes wählt ihr hier die Angebote aus. Da klicke ich mal drauf und dann werden eure Angebote eingeblendet. Hier habt ihr dann die Möglichkeit, die Kategorien auszuwählen. Ihr könnt von Preis bis Preis, ihr könnt nach bestimmten Artikeln suchen. Ihr könnt empfehlende Angebote euch anzeigen lassen, aber auch die nicht beworbenen Anzeigen. So, ich suche nach einem bestimmten Artikel. So, und zwar möchte ich hier dieses Produkt bewerben, wie auch schon im letzten Video bei den Anzeigen Standard. Es handelt sich hier um einen Schreibwarenartikel aus der Kategorie Schreibwaren. Und den wählen wir jetzt einfach mal aus und gelangen wieder zurück auf die Seite. So, ihr seht das hier. Ich habe jetzt ein Angebot ausgewählt, nur aus Testzwecken. Ich mache das nur für Testzwecke, um euch zu zeigen, ob das effektiv was bringt oder nicht. Das kann man auch gut vergleichen zu den Anzeigen Standard. Da habe ich genau das gleiche Produkt genommen. So, als nächstes habt ihr hier die Möglichkeit, das Budget festzulegen, ja, für diese Kampagne. Das Budget ist Minimum, muss 1 Euro sein, ja. Ich mache mal 10 Euro und es geht hier aber um Tagesbudget. 10 Euro nicht. Ich mache mal 5 Euro Tagesbudget und Klickkosten machen wir mal auf 5 Cent pro Klick. Und dann könnt ihr das Ganze einmal noch mal die Übersicht anschauen. Und wenn das alles passt, könnt ihr das Ganze starten. Somit habt ihr dann die erweiterte Anzeige schon geschaltet für dieses Produkt, was ihr euch auswählt oder natürlich mehrere gleichzeitig. Es bietet sich auch an, was eBay hier sagt, dass ihr kategoriebasiert das Ganze festlegt. Das heißt, aus einer Kategorie viele Produkte nehmt und diese dann für Anzeigen erweitert schaltet. Ihr seht es jetzt hier, die Grafik zeigt jetzt erstmal nichts an, weil ich vorher noch keine Anzeigen erweiterte Angebote und Kampagnen gestartet habe. Wir werden uns das anschauen, wie sich das Ganze entwickelt in dem Folgevideo. Deshalb seid unbedingt dabei. Ihr verpasst das Ganze nicht. Hier habt ihr die Möglichkeit zu switchen zwischen den Anzeigen Standard, Erweitert, Externanzeigen und Banneranzeigen. Das sind die vier Marketingmethoden, die uns eBay hier bietet. Wir werden uns die anderen natürlich auch anschauen und die werde ich euch hier auf diesem Kanal natürlich auch zeigen. Soviel zu den Anzeigen erweitert. Ihr seht, natürlich ist es ganz einfach, aber es ist mit Kosten verbunden. Und euch entstehen Kosten schon bei den ersten Klicks, auch wenn ihr nichts verkauft, im Gegensatz zu Anzeigen Standard. Anzeigen Standard, wie angesprochen, schaut ihr euch hier oben in der Infobox oder unten in der Videobeschreibung an. Ansonsten würde ich euch gerne empfehlen, das Ganze einfach mal auszuprobieren. Ob es für euch passt oder nicht, werdet ihr dann dementsprechend sehen. Setzt das Budget nicht zu hoch und dann habt ihr die Möglichkeit, hier mal einfach euch heranzutasten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und falls ich irgendwas nicht angesprochen habe, dann könnt ihr gerne unten einen Kommentar lassen. Und vielleicht habt ihr auch schon Anzeigen erweitert geschaltet. Wie ist eure Erfahrung? Teilt auch das gerne unten in den Kommentaren mit. Und wir werden uns das im Folgevideo anschauen, wie das Resultat ist mit diesem Budget, das ich festgelegt habe, bei Anzeigen erweitert. Viel Spaß beim Kaufen und Verkaufen und ich wünsche euch viel Erfolg weiterhin. Bis zum nächsten Video. Ciao.